Musik Hallo liebe Kinder! Schön, dass ihr ab nächster Woche wieder in die Schule geht. Aber es gibt immer noch ein paar Dinge, die wir beachten müssen. Ich zeige es euch hier. Es gibt auf den Treppen keine Einbahnstraßenregelung mehr. Aber generell muss man immer rechts laufen und den kürzesten Weg ins Klassenzimmer nehmen. Mit dem richtigen Abstand. Jetzt bin ich auf dem Pausenhof. Da hinten im Rückbau sind nur die 12. Klassen, sonst niemand. Hoffentlich sind ab Montag wieder mehrere Leute auf dem Pausenhof. Und die Pausen sind zu unterschiedlichen Zeiten. Das erklärt euch aber nochmal eure Lehrer. Und außerdem gibt es feste Pausenplätze, an denen ihr euch aufhalten dürft. Und das steht an den Eingängen und im Klassenzimmer. Und es wird euch noch von den Lehrern erklärt. Hier geht es wie beim letzten Mal wieder rein. Wir freuen uns auf Montag. Tschüss! Wir sehen uns! Wir sehen uns! Vielen Dank.